Das ist aber diesmal echt ein heikles Thema. Ich muss zum Chef und ich überlege die ganze Zeit, wie rede ich eigentlich mit meinem Chef? Wenn es dir genauso geht, ist das Video genau richtig für dich. Hier geht es wie immer um Rhetorik, Kommunikation, wie wir miteinander reden. Und wenn du demnächst mit deinem Chef reden musst, habe ich möglicherweise jetzt für dich einige interessante Punkte, damit es für dich einfach noch leichter und noch besser geht. Mein Name ist Martin Rettmer. Schön, dass du hier auf meinem Kanal genial reden bist. Und lass uns einfach gemeinsam schauen, wie wir deine Kommunikation noch weiter verbessern. So, lass uns loslegen. Wie rede ich mit meinem Chef? Vielleicht kennst du das. Dein Chef sagt zu dir, deine Chefin, bitte immer beides, sagt, kommen Sie mal nächste Woche hoch. Komm mal morgen hoch. Kommen Sie mal grad hoch. Was auch immer. Und du denkst, oh, was habe ich denn gemacht? Ey, was ist denn passiert? Und das sind Momente, da fehlt dir ein Stück weit die Vorbereitung. Und wir schauen mal, was alles so wichtig ist. Lass uns mal gucken. Analog wie immer, blende ich dir ein, was wir haben. Das Erste ist, du solltest immer, und das gilt für jedes Gespräch, Respekt haben, aber keine Angst. Wenn du Angst hast, kannst du nicht klar denken. Du hast so viel Cortisol im Kopf, dass du einfach nicht klar argumentieren kannst und nicht gut reagieren kannst. Deswegen, respektvoll in das Gespräch reingehen, aber bitte ohne Angst. Geh auch so hoch, dass wenn du hochkommst, wenn du reinkommst, wo auch immer du hin musst, dass du bitte genug Luft hast. Wenn du jetzt Treppe gegangen bist, ja, dass du dann nicht irgendwie oben ankommst, hallo, nein, hinkommen, durchatmen und dann je nachdem, entweder ist offen oder anklopfen, je nachdem, wie es bei dir in der Firma ist und dann rein und dann einfach sprechen. Also wichtig ist, respektvoll, aber ohne Angst. Dann habe ich eine, ja, wahrscheinlich den wichtigsten Punkt. Bereite dich auf das Gespräch vor. Angenommen, es heißt, komm mal schnell hoch, komm mal gerade hoch. Da wirst du dich nicht allzu viel vorbereiten können. Du kannst dich aber trotzdem vorbereiten. Du kannst überlegen, okay, worum kann es gehen? Die Frage kannst du auch am Telefon stellen. Okay, Chef, mache ich. Worum geht es denn? Ja, sage ich Ihnen gleich, wenn Sie oben sind. Okay, ein kleiner Tipp vielleicht? Naja, es geht um unser Projekt ABC, das wissen Sie doch. Ach, alles klar, dort machen wir. So, dann kannst du loslegen. Wenn kein Tipp kommt, überlegen, okay, was könnte gewesen sein? Na, lassen wir uns überraschen. Erst mal abwartend reingehen. Wenn du dich aber vorbereiten kannst, wenn es um Projekt ABC geht, nimm doch gleich die Projektunterlagen mit. Nimm doch dein Tablet in die Hand, dass du möglicherweise sagen, oh, die Frage ist wichtig, schauen wir gerade zusammen nach, schauen sie hier und so weiter und so fort. Überlege, was kannst du mitnehmen, was kannst du vorbereiten? Sollte es heißen, wir haben nächste Woche Dienstag um 18 Uhr einen Termin, den kannst du gut vorbereiten. Bereite dich komplett vor. Was kann vorkommen, was kann entgegnet werden, welche Argumente musst du mitnehmen, welche Tabellen und so weiter und so fort. Das kannst du hervorragend vorbereiten. Deswegen ganz wichtig, für einen Termin beim Vorgesetzten, beim Chef, bereite dich ordentlich vor. Wenn dir das gelungen ist, wird dir eins merken oder wirst du eins merken. So, jetzt haben wir es richtig. Du wirst eins merken. Du wirst sehr sachlich argumentieren können. Es kann auch mal emotional werden. Das ist in Ordnung. Du sagst, nee, das ist Mist. Und dann kommt er wieder, wissen Sie, wenn wir das so machen, dann kann das, 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 das passieren. Wir wollen doch jedoch in diese Richtung. Wir wollen A, B, C und nicht. So kannst du wunderbar reden. Deswegen ist wichtig, schöne, sachliche Argumente mithaben. Diese sachlichen Argumente kannst du in deiner Präsentation haben, irgendwie an die Wand geworfen oder am Tablet oder du zeichnest etwas auf. Aber wenn du mit sachlichen Argumenten arbeitest, wirst du merken, dass die Gegenseite, also der Chef, auch sachlich argumentiert. Solltest du merken, dass es emotional wird, einmal kurz emotional abholen. Chef, finde ich schön, dass Sie das hier so offen sagen, denn das ist mir wichtig, dass ich weiß, woran ich bin. Gleichzeitig und dann kommt wieder dein sachliches Argument. Okay? Wenn du das hast, dann ist ganz wichtig, die Entscheidung trifft der Chef. Mit dieser Einstellung, allein nur mit dieser Einstellung, gehst du erstmal ins Gespräch rein. Die Entscheidung trifft der Chef, dafür ist er Chef. Du kannst ganz viel vorbereiten, du kannst ganz viel machen, damit die Entscheidung möglicherweise genau die ist, die du haben möchtest. Aber es entscheidet der Chef. Der sagt am Ende, sie sagt am Ende, bitte immer, wenn ich jetzt hier der nehme, nämlich nur der Einfachheit halber. Der sagt am Ende, so machen wir das jetzt. Und dann geht man auch so raus. Und wenn du jetzt entschieden hast, dass das Video gut für dich ist, gib mir gern ein Abo, gern einen Daumen hoch. Du weißt, damit werden noch viel, viel mehr Menschen dieses Video sehen und können einfach noch viel mehr lernen und erfahren. So, also die Ergebnisse, die Entscheidung trifft der Chef. Punkt. Und das ist wichtig, dass du mit diesem Gedanken schon ins Gespräch reingehst. So, dann lassen wir uns weiterschauen, was wir hier noch haben. Das ist schon der letzte Punkt. Guck mal an, was haben wir wieder? Wieder fünf Punkte. Ja, es gibt wieder fünf Punkte. Geil. Vorher das Gespräch einmal in Gedanken oder mit einer anderen Person durchspielen. Hey, was kann passieren? Was können für Argumente kommen? Was können für Gedanken kommen? Was wird dir denn entgegengeworfen? Wo wird gesagt, ne, so nicht. Oder, hey, ein guter Gedanke, lassen Sie uns den weiterspinnen. Oh, super, finde ich gut. Ich habe auch schon ein bisschen was vorbereitet. Oh, finde ich gut. Wo kann es was sein, wo es heißt weiter? Wo kann es sein, das heißt, nee, bitte kürzer. Überlege bitte, was genau wird für dich oder was wird von dir verlangt? Was ist für dich? Was spricht gegen dich? Was genau möchte dein Geschäftsführer, dein Vorstand von dir hören? Welche Argumente? Eher Zahlen, Daten, Fakten oder eher eine Vision? Bitte bereite dich ordentlich vor und spiele das Gespräch einmal durch. So, und wenn dir das geholfen hat, freue ich mich, wenn du den Kanal abonniert, wenn du immer wieder reinschaust. Meine Videos kommen Mittwoch zum Thema Wortschatz und Donnerstag und Sonntag zum Thema Kommunikation, Rhetorik, wie wir miteinander reden. Meine Internetseite lautet www.mr-rhetorik.de Und übrigens, eins ist wichtig, auch wenn du in das Gespräch mit dem Chef gehst, ja, es dürfen Versprecher drin sein. Du siehst, selbst in meinen Videos sind Versprecher drin. Das ist völlig okay. Wir sind doch Menschen. Und menschlich sind wir auf Augenhöhe. Ich wünsche dir jetzt einen wunderbaren Tag, eine wunderbare Zeit und bis demnächst.